Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films May-December, der am 30. Mai startet. By the way, der Geburtstag meiner Mama. Hallo Mama, alles Gute zum Geburtstag. Und dieser Film ist ein besonderer Film, alleine wegen der Besetzung, nämlich nämlich Portman und Julian Moore spielen die Hauptrollen. Da kann ich nur müde lachen drüber. Ich habe dafür auch zwei echte Stars an meiner Seite, nämlich die Schlöger und die Melanie. Hallo ihr beiden. Hallo. Hey. Ihr Lieben, eine Frage vorab. Habt ihr auch genügend Hot Dogs? Nee. Haben wir noch genug Hot Dogs? Ja. Was das zu bedeuten hat, das lassen wir jetzt erstmal offen. Wir müssen ja eine gewisse Spannung aufbauen. Was wir aber nicht offen lassen ist, worum es im May-December geht. Melanie, kannst du das eben kurz abhaken? Also wir haben einmal die Schauspielerin namens Elizabeth. Nachname? Gab's an? Barry. Barry? Ja. Elizabeth Barry, die besucht quasi direkt zu Beginn des Films eine Frau, die sehr bekannt ist. Und sie ist quasi dadurch bekannt geworden, dass sie eine Beziehung als damals 36-jährige Frau mit einem SIP-Klässler, das ist dann glaube ich, der war dann wahrscheinlich 12 oder 13 Jahre alt, begonnen hat. Und ja, der Film spielt dann quasi 24 Jahre später. Ist das richtig? Oder die sind jetzt 24 Jahre, nee doch, 24 Jahre später. Die sind 24 Jahre zusammen und haben sogar auch schon drei Kinder. Und es geht jetzt halt eben darum, dass diese Schauspielerin Elizabeth quasi die Grace, Gracie, in einem kommenden Film porträtieren soll und sie ist quasi auf der Suche nach der Wahrheit. Vielen Dank. Ich für meinen Teil, ich gebe mal ein bisschen an, ich konnte mir den Film letztes Jahr schon ansehen und habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen. Einfach deswegen, weil ihr bei der Erstsichtung, kennt ihr das, wenn ihr den Film guckt und ihr seht schon, dass da Potenzial drinsteckt und ihr seht da auch, dass es irgendwas ist, was echt spannend und interessant ist, aber ihr könnt es doch nicht richtig fassen und ihr habt doch irgendwie noch nicht so richtig die Muße, euch damit zu beschäftigen. Kennt ihr das? Das klingt ja jetzt von der Geschichte her wie ein Drama und das ist auch ein Drama und allein die Besetzung macht hier schon sehr deutlich, das ist schon ein sehr hochklassiges Drama. Aber er sieht halt schon aus wie eine Schmonzette. Es hat so eine Art Weichzeichner-Optik. Es wirkt wirklich wie so, um es böse zu sagen, fast schon wie so eine TV-Produktion, wo es darum geht, halt große Gefühle zu evozieren. Schlogger, hat dich das gestört, hat dich das vielleicht irritiert, dass der Film so aussieht, wie er aussieht oder hast du gesagt, nee, geil? Also auch ich, ich habe immer das Gefühl, ich sage immer das Gleiche. Ich habe wieder gar keinen Trailer gesehen, das heißt, ich wusste wirklich nichts über die Story. Ich wusste, dass hier natürlich Natalie Portman und Julie Moore mitspielt, aber mehr wusste ich wirklich nicht. Also ich fand es super faszinierend, dann die Geschichte so zu erfahren, wie der Film sie mir dann zeigt. Deswegen, ich wusste nicht, als dieser junge Mensch ins Haus läuft und dann plötzlich Julie Moore küsst, weil ich so, hä, 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 was ist hier los? Weil ich nicht mal das wusste. Und ich habe dann, ist mir die Optik gar nicht negativ aufgefallen, weil ich so dann fasziniert war, was passiert hier eigentlich? Und fand es dann interessant, wie der Film ganz langsam dann diese Hintergrundinfo, die man ja hat, wenn man den Trailer oder Texte gelesen hat, schon hat, wie der die dann eben aufblättert und konnte mich gar nicht so sehr von der Optik ablenken lassen. Ich habe auch keinen Trailer gesehen. Ich bin auch nur reingegangen, weil ich die Schauspielerin cool fand. Und ja, es ging mir eigentlich ähnlich. Also der Look ist mir nicht negativ aufgefallen unbedingt, aber was bei mir dann irgendwie, was ich einfach erstmal irritierend fand, war die Musik, die immer eingesetzt wurde. Weil die wirkte auch manchmal so random. Also so aus dem Nichts kamen dann diese sehr lauten, schweren Klaviertöne. Und das kam immer und immer wieder vor. Und ich habe dazu was Interessantes gelesen. Hast du das vielleicht auch gelesen, Stu? Oder auch schlauer? Ich lese niemals. Das ist das musikalische Thema des Films von einem anderen Film stand. Und zwar The Go-Between aus dem Jahr 1971. Und es geht in diesem Film um einen Jungen, der auch emotional von einer älteren Frau manipuliert wird, in der er sich verliebt hat. Das bedeutet, die Musik sagt auch nochmal ganz viel inhaltlich aus. Hm. Ja, genau. Weil dieses, dass du sagst, bitte manipulieren, dieses so klar, macht uns der Film hier das ja nicht. Oder beziehungsweise er erzählt das ja auf eine ganz unparteiische Art zunächst. Und das mit der Musik ist mir auch aufgefallen. Und da passt doch auch das mit den Hotdogs dazu, oder hast du? Genau. Denn auch bei der Zweizichtung, diese eine Szene hat sich bei mir halt so eingebrannt, weil, das komme ich später. Also, kurz erklärt, Julia Moore steht in der Küche, öffnet den Kühlschrank, die Kamera zoomt so ein bisschen an sie ran und sie sagt dann, hoffentlich haben wir noch genügend Hotdogs. Und dann kommt dieses dramatische Musikding, wo du denkst dir nur so, ähm, okay, wo bin ich jetzt hier gelandet? Aber, das ist mir gar nicht bei der ersten Sichtung aufgefallen, aber jetzt bei der Zweitsichtung, das nächste, was folgt, ist halt ein Schnitt und du siehst halt, dass ihr Mann irgendwie vor einer, wirklich vor Dutzenden, von gebratenen Hotdogs steht. Also, sie hatten genug Hotdogs. Und ich finde, das zeigt schon ganz gut, so banal es klingt, dass es ja wirklich darum geht, wem kannst du diesem Film eigentlich vertrauen? Wer erzählt denn die Wahrheit? Denn letztlich geht es für mich zumindest darum, unter anderem, dass halt Natalie Portman und Julian Moore zwei abscheuliche Biester spielen, die manipulieren und in so einer Art, ja fast ständig so einer Art Wettkampf sind, ja. Ich habe selten einen Film gesehen, in dem ich die beiden Hauptfiguren so unsympathisch fand, wie hier. Und ich fand's gut. Ah, witzig, ich fand Natalie Portman auch nicht sympathisch. Aber nicht so schlimm. Aber sie ist mir erst nicht so schlimm hängen geblieben. Und die Julian Moore, die weiß ich, zu der war ich auch gespalten. Also, die fand ich natürlich nicht cool, weil das einfach irgendeine ganz weirde Situation. Ach doch, da passieren Dinge im Film, die sie sagt, was ich schon meinte, der Film ist ja recht unparteiisch und entblättert sich dann so langsam. Und dann werden dann so Sachen gesagt, wo ich dachte, ja, okay, Moment, also jetzt ist für mich die Dachlage klar. Vor allem Richtung Ende dann. Ja. Dass sie, dass dann so Dinge von wegen Machtverhältnissen kommen, wo einem eigentlich ganz klar sein muss, okay, hier muss einer die Macht ergreifen und nicht der andere. Sowas. Ich fand auch ihren Satz so toll, ich bin einfach ein naiver Mensch. Als eine Ausrede für alles. Das hat mich, also ich, ich muss echt sagen, ich glaube, wir gehen jetzt auch direkt schon richtig ins Eingemachte hier, wie wir erstarrten. Aber der Film, der hat mich einfach so sauer gemacht. Also nicht, wie der Film ist so, sondern einfach wegen dieser Figur. Der hat mich so wütend gemacht. Ich saß da wirklich in einer Szene und ich habe richtig gemerkt, dass das so was in meiner, dass sich in meiner Brust so was aufgebaut hat. So eine richtige Wut, die sich entladen wollte, aufgrund dessen, was Julian Moores Figur halt gesagt hat. Und das hat mich, also ich finde, der Film wird dann doch parteiisch. Ja, der wird dann, genau. Du meinst wahrscheinlich den gleichen Satz wie ich oder die gleiche Situation. Genau, es ist in einem Schlafzimmer. Genau. Ja, es gibt halt so viele Szenen, in denen Julian Moores Figur halt Sachen macht, wo du dir auch denkst so, was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein Arschloch? Also so, aber auch so, auf so eine hinterhältige, lobende Art und Weise, weißt du, dass du halt nicht sagst so, zieh das nicht an, du bist fett, sondern so was sagst wie, oh, das finde ich aber so toll, dass es dir egal ist, dass du zu dicke Arme für das Kleid hast. Zieh es ruhig an, weißt du, so halt. Oh, die fehlen auch. Na, hast du meine Schwester auch eine Waage zum Abschluss geschenkt? Genau. Und mit dieser Petra, also es geht ja um die Grundfrage, also die, Natalie Portman kommt ja hin und möchte eben für ihre Rolle üben und so ein bisschen die Geschichte auf einer persönlichen Gesicht untersuchen und die zwei, also Julian Moores und ihr junger Mann, sorgen sich ja, dass sie die Geschichte nicht parteiisch erzählt und nicht aus ihrer Sicht. Und grundsätzlich finde ich das schon spannend, weil Leben sind nun mal sehr komplex. Ich kann schon einräumen, dass es vielleicht, und ich glaube, jetzt werden mich viele sehr komisch finden, es schon Situationen gibt, in der in so einem großen Altersunterschied es wirklich um Liebe geht. Also, dass es wirklich was gibt, wo wir von außen unsere Meinung draufpressen und sagen, hier, das geht nicht, der eine ist viel jünger als der andere und ich glaube schon, dass es Beziehungen gibt, in der das passen kann. Aber wenn die eine Figur zwölf ist, dann ist der Mensch, egal wie schnell er erwachsen werden musste, einfach auch rein vom Gehirn her, da gibt es dann bestimmte Positionen, da kannst du nicht einfach mit der Ausrede kommen, ich bin naiv. Ja, ja. Vielleicht, aber nicht, wenn einer zwölf ist oder dreizehn. Also, und hier muss ich gleich mal sagen, ich finde halt, dass die spannendste Figur für mich auch gar nicht so sehr die beiden Damen sind, sondern der Ehemann, der Joe gespielt von Charles Melton, weil der, also der wirkte nur noch so mit als Anführungszeichen aufrichtigste Figur und der macht ja auch wirklich emotional einiges durch, denn diese Elisabeth kommt ja zur Familie kurz bevor die beiden Kinder das Haus verlassen, um zum College zu gehen. Das, das reißt ihn ja schon so, finde ich, so in eine Art Loch und das finde ich auch sehr schön, dass der Film auch niemals irgendwie die Aussage tätigt, er kann und liebt seine Kinder nicht. Ich finde, dass der ein relativ guter Vater auch ist, aber der hadert so mit sich selbst und es gibt dann auch gegen Ende so Momente, wo du halt ihn siehst, wo er wirklich auch am Verzweifeln ist, weil er halt registriert, meine Kinder sind jetzt bald weg, also nicht für immer weg, aber halt eben aus dem Haus raus. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ihm dann auch irgendwie bewusst wird, okay, ich werde jetzt mit dieser Frau alleine sein, so hart es klingt. No, die waren ja nie alleine, weil sie ja direkt, direkt nachdem sie, sie hatte das erste Kind im Gefängnis geboren, nachdem sie wegen, weil es ja nicht erlaubt ist, legal, nachdem sie da verhaftet wurde. Und das ist halt so, weil für mich hat es, beim zweiten Mal hat es sich ein bisschen so angefühlt, dass er halt von diesen Kindern ehrliche Liebe bekommen hat, so. Aber sie ist halt immer manipulativ, also im Ganzen, das ist mir jetzt bei zwei Zählungen aufgefallen, es gibt keinen Moment, in der sie mit ihm interagiert, wo sie nicht manipulativ ist, wo sie ihm nicht bevormundet, wo sie ihn nicht befehligt. Ja, aber die Dynamik, die ist halt so krass, weil ich habe das Gefühl, sie redet mit ihm, wie sie mit einem Sohn reden würde. Also, ja, genau. Aber gleichzeitig hat sie dann manchmal dieses, dann weint sie, weil sie, keine Ahnung, weil irgendwas nicht so gelaufen ist, wie sie sich wollte und muss sich dann von ihm trösten lassen. Also, dieses, der konnte sich gar nicht selbst finden, sondern wurde von ihr so krass, weil er eben auch so jung war, oh Gott, so krass manipuliert, jetzt musst du dich so verhalten und jetzt so, einmal weil sie seine Mutter ist, einmal wegen Sex, also wie sie sich wie seine Mutter verhält, einmal wegen Sex und einmal, weil sie so, weil sie ihm das Gefühl gibt, wenn du mich verlässt oder irgendwas machst, was mir nicht passt, dann zerbreche ich. Und er ist dann wie, es wurde ja auch erzählt, dass er, wie gesagt, er musste früh erwachsen werden, weil irgendwas mit seinen Eltern war, das weiß ich schon gar nicht mehr. Und er ist quasi zu ihr und musste die gleiche Rolle übernehmen, aber nicht für seine kleinen Geschwister, sondern für eine erwachsene Frau. Und das, wenn man da so drüber nachdenkt, dann entblättern sich da auch ganz schlimme Gedanken. Und eine Frage noch, Maddie, du hattest im Vorhinein gesagt, dass das auf einem wahren Fall basiert, weil das wird im Film ja gar nicht gezeigt richtig. Ja, also es gibt eine Szene, da bringt Joe, oder hieß jetzt Joe oder Joey? Joe. Joe. Joe bringt Elizabeth so alte Fotos von den beiden, von ihm und Gracie. Und diese alten Fotos, die basieren auf echten Fotos von einer gewissen Mary Kay Letonor, also es ist französisch, glaube ich, und einem Jungen namens Willi Fualau. Ich kann den, es tut mir leid, das ist ein bisschen komplizierter Name. Aber diese Mary Kay Letonor, die war eine 34-jährige Lehrerin, die mit einem zwölfjährigen Schüler, eben diesen Willi oder Filli, ein Verhältnis hatte. Und sie war dann auch halt mehrmals im Gefängnis, dann haben die sich, dann haben die sich aber dann verlobt und haben auch geheiratet dann, nachdem sie freigelassen wurden. Haben auch zwei Kinder bekommen, aber haben sich dann 2019 scheiden lassen. Und das basiert wohl auch darauf, ist zumindest bisher das Einzige, was ich weiß, was darauf irgendwie basiert oder im Zusammenhang steht, zum Film. Hm, okay. Es gibt, glaube ich, mehrere Fälle und diese, ich nenne es mal Fantasie von der Älteren, die den Jungen unterführt, ist ja auch echt alt. Ich glaube, es gibt ja die ganze, ganze Porno-Industrie, glaube ich, so 50 Prozent auf dieser Fantasie auch. And here's to you, Mrs. Robinson. Mrs. Robinson, genau, genau, genau. Ich finde es auch interessant, weil Julianne Moore, die hat so eine eigene Theorie zu ihrer Rolle. Und sie meinte zum Beispiel auch, dass sie nicht denkt, dass Gracie halt pädophil ist, sondern so ein Princess-Syndrom hat. Also, dass sie unbedingt quasi diese Damsel in Distress sein will und unbedingt von einem jungen, starken Mann gerettet werden will. Das fand ich auch sehr interessant, dass sie diese Sicht auf ihre Figur hat. Und ich finde, es stimmt auch, vor allem in den Szenen, was Schlogger gerade meinte, wo Gracie da so richtig am Weinen ist und Zusammenbrechen ist, wegen so einer absurden Kleinigkeit eigentlich. Es gibt ein paar Momente, wo ich auch dachte, okay, das ist gerade, sie übertreibt ein bisschen. Zum Beispiel auch, wenn er nach dem Grillen ins Bett geht und sie sich beschwert, er riecht nach Rauch und er wäscht sich dann auch im Bett, um ihr zu befallen. Das ist so, also, äh. Ja, da sagt sie, sagt er, möchtest du, dass ich duschen gehe? Ich möchte, dass du schon von Anfang an ungeduscht ins Bett hättest kommen sollen. Also, was, was er unmöglich erreichen kann. Was klingt wie was, was Eltern eher zu ihren Kindern sagen. Stimmt, das war auch schon eine ganz unangenehme Situation. Ja, ich finde auch, dass der Film für mich Momente hatte, die ich komisch fand, also auch durchaus schwarzhumorig. Ich finde aber auch, dass er fast schon parodistische Elemente hatte. Also, gerade die gerade eben angesprochene Szene mit dem Hotdog ist halt so inszeniert, dass ich sie von meiner Warte aus nicht ernst nehmen konnte. Ich fand die wirklich lustig, weil sie auch so oft mit nichts kommt und auch relativ früh zu Beginn, wo du immer noch so, sag ich mal, eingestellt bist, dass du jetzt was, was, was in Anführungszeichen, was wirklich ernst ist, was sehr Tragisches bekommst, das bekommst du auch. Aber ich finde, dass der Regisseur Todd Haynes wirklich mit dieser Dramatik auch immer wieder spielt und fast schon teilweise für mich zumindest parodistische Sachen da raushaut. Ich weiß, andere sehen es nicht so, ich aus meiner Warte habe es so gesehen und das ist jetzt für mich das Problem des Films. Dadurch verbaut der Film mir, dass ich diesen Film als unangenehm wahrnehme, weil diese Thematik ist unangenehm. Also, was da erzählt wird, ist eigentlich richtig hart eigentlich, aber es kam so nie richtig rüber bei mir. Der Film, der stellt sich für mich halt einfach durch seine Stilistik und durch seine, ja, ist es ein Meta-Kommentar, ich glaube eher nicht, aber er stellt sich da schon hier und da ein Bein. Ich kann nachvollziehen, wenn das andere anders sehen, aber ich für meinen Teil finde, der Film ist sehr vielschichtig, auf ganz, ganz vielen Arten, aber es ist mir zu viel. Ich komme da irgendwie nicht richtig rein und so habe ich jetzt auch bei der Zweitsichtung gesagt, okay, der ist nicht schlecht. Vielleicht, ich glaube aber, für mich hätte er besser sein können. Ja, wie ist es bei dir, Melania? Fandest du auch, dass der vielleicht zu viel wollte? Ich fand auch, dass der Film zu viele Sachen gezeigt hat und zu viel wollte. Und ich glaube, ich hätte mir auch gewünscht, dass der Fokus ein bisschen anders wäre. Also, ich fand irgendwie Natalie Portmans Rolle gar nicht jetzt mal so spannend im Vergleich zu Joes Rolle. Ich glaube, ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass der Film einfach anders verlagert wäre und einfach ihn mehr in den Vordergrund gestellt hätte, weil ich glaube, dann hätte dieser Film einfach noch eine viel stärkere Botschaft geben können. Aber ich kann auch verstehen, warum er es nicht macht, weil das ist irgendwie auch so ein bisschen scheinbar die Absicht vom Regisseur gewesen. Also, dass es sehr ungenau bleibt und dass es kein richtiges Gut und Böse gibt. Ja. Ja, und dass es eben so langsam erst erzählt wird. Am Anfang denkst du, okay, was ist das hier? Und dann, dass Jo nimmt ja immer mehr Raum ein. Also, er ist ja am Anfang, taucht ja fast gar nicht auf und dann kommt er langsam immer mehr. Das war ja schon, dann schon Absicht. Aber das, einfach was ihr sagt mit dem Stimmungsding, dieses Satire, mit den Hotdogs oder auch das Ende mit Natalie Portmans Dreh dann. Das waren so manche Dinge, wo ich dachte, hä? Also, in der richtigen Inszenierung hätte ich das verstanden, aber hier weiß ich nicht, was, das wirkte so wild zusammengewürfelt. Und das habe ich dann, hat mich dann auch ein bisschen rausgerissen. Genau, wie es du sagst. Ja, also, ich habe auch Maddie's Thema so ein bisschen verstanden, dass er auch mit unseren Ansichten und Erwartungen spielt. Weil, ich finde halt schon, am Anfang ist halt, Natalie Portman wirkte auf mich auch relativ nett. Und du merkst halt schon, dass sie auch was möchte. Aber nach und nach fand ich, dass sie auch fast schon was Invasives hatte. Also, wie sie auch in diese Familie sich so, nicht reindrängelt, aber so reinschlängelt. Deswegen ist das am Ende mit der Schlange auch irgendwie ganz nett, dass sie dann die Schlange tatsächlich trägt. Aber es war halt einfach, es war mir irgendwann zu viel und ich finde halt eben gerade dieses Parodistische hat halt viele Sachen für mich immer so ein bisschen überlagert. Und das fand ich sehr schade, denn es gibt halt wirklich saustarke Szenen und ich möchte hier nochmal den Charles Melton, der den Joe spielt, der vorheben, der halt wirklich richtig gut ist. Der auch wirklich es schafft, sich zu behaupten zu können gegen einen Portman-Humor, was bestimmt nicht einfach ist. Und es gibt ja auch einen Moment oder eine Szene, die auch wichtig ist, die möchte ich jetzt hier nicht in Detail ausbreiten aus Spoilergründen, aber es kommt ja auch zu Intimitäten. Und das ist eine Szene, die hat stellenweise, ist die so hart zu schauen, weil man irgendwie, oder ich zumindest gemerkt habe, dass da ein Mann ist oder ein Mensch ist, der gerade wirklich so sein Inneres nach außen kehrt. Der gerade so ein bisschen Hoffnung vielleicht findet, dass er vielleicht doch von einem Menschen akzeptiert wird, so wie er ist, nur um dann relativ schnell festzustellen, dass er auch nur wieder benutzt worden ist. Das tat mir wirklich leid. Ja, das war ja gerade, das ist ja gerade eine wichtige Szene, weil das am lebenden Beispiel zeigt, was eine andere Situation bedeuten könnte. Also, wie gesagt, es ist ja wirklich so, es kommt zu einem sehr intimen Moment und er wahrscheinlich genau wie der Zuschauer denkt, okay, es kommt noch mehr. Aber das Erste, was die andere Person dann macht, ist, nach einem Brief zu greifen, der wichtig ist, wo du auch sofort verstehst, okay, sie hat das gemacht aus obvious reasons, sage ich mal. Und der Typ tat mir wirklich komplett leid, also so leid, dass je mehr ich drüber nachdenke, dieses Ende, es ist halt eine ganz große Tragödie und obwohl natürlich die beiden Damen vorne auf dem Poster drauf sind, geht es vielleicht letztlich dann auch mehr um ihn. Und genau deshalb hätte ich mir irgendwie mehr den Fokus auf ihn gewünscht, weil ich fand, er war die interessanteste Figur und auch die, wo man, wo man auch hätte so viel mehr noch, ich wollte irgendwie mehr über ihn erfahren, ich wollte auch mehr über deren Beziehungsdynamik sehen, um irgendwie es nochmal besser einzuschätzen. Also, es war mir dann irgendwie alles zu verschwommen und zu weit weg. Und man hat es immer nur so ganz kurz, so ganz Schlüssel-Szenen, wie wir gerade besprochen haben, das und das, da kam das, konnte das so durchbrechen. Ja, ich glaube, der Film konnte sich nicht ganz entscheiden, was er sein will. Ich glaube halt schon, also der Todd Haynes ist ein renommierter Regisseur, der hat echt schon viele Sachen gemacht, sehr viele auch mit Julie Moore, das scheint so seine Art Muse zu sein. Ich glaube schon, dass der das schon mit purer Absicht gemacht hat. Und wie gesagt, für mich ist das Problem, da steckt halt zu viel drin. Aber ich glaube, dass es einen besseren Schwachpunkt kann es ja irgendwie nicht geben. Also, ich kann mir schon vorstellen, wenn ich diesen Film in ein paar Jahren nochmal sehen werde, dass ich wieder neue Sachen entdecke und es vielleicht anders wahrnehme. Aber jetzt aktueller Stand ist bei mir, der ist gut, der ist vor allem hochinteressant, aber er legt halt zu viel in die Waagschale für mich. Und deswegen, wie gesagt, stellt er sich halt selbst immer mal wieder selbst ein Bein. Aber er hat auch Qualitäten, die ich einfach nicht leugnen kann. Und einige davon sind halt wirklich auch bei den Darstellern zu finden. Und ich muss auch halt eben sagen, allein darüber nachzudenken, inwiefern May December vielleicht auch eine Abhandlung ist über das, ich nenne es mal Melodrama, Drama-Genre an sich selbst, ist schon echt spannend. Ja. Er erklärt einiges. Ja. Und dann später aber, ach nee, doch nicht. Ja. Oder oder doch. Ja, oder doch, genau. Das fand ich auch interessant dann. Aber es wird so lapidar dann. Also, es erschleudert uns ganz viel hin und wir dürfen dann selber was draus machen. Das finde ich ja im Prinzip schon ganz gut. Ja, also auch immer, es ist so interessant, wenn diese Elisabeth auch sich mit Leuten trifft aus der Vergangenheit von Julie Moores Figur, also von Gracie. Ähm, diese Gespräche, die wirken auch so, teilweise so, so lapidar. Also, nicht wie Leute, die wirklich jetzt sauer sind, weil sie halt festgestellt haben, dass ihre Ex-Frau mit einem Zwölfjährigen verkehrt hat, sondern das wirkt halt so, passt schon so, ja, dezent. So verkürzt irgendwie. Und dann hast du aber Szenen, die halt komplett am Rad drehen, also wirklich wo die Inszenierung auch, wo du denkst, was ist denn jetzt los? Und da komme ich auch wieder zurück auf, ich hoffe, wir haben genügend Hot Dogs. Dum, dum, dum. Hm, also, das ist schon nicht uninteressant. Also, das ist, ich finde es halt ganz furchtbar, dass der Film das mit mir macht. Weißt du, wenn ich jetzt einmal sagen könnte, nee, der war gut oder der war schlecht, okay. Aber der ist halt bei mir in so einer Schwebe irgendwie. Das ist ganz seltsam. Ich glaube, mir geht es genauso. Ich kann, also, ich habe ihn ein bisschen besser bewertet als du's du. Aber ich bin auch so hin und her gerissen, weil ich mag das, was da, und ich mag, worum es geht. Ich finde das sehr stark. Aber irgendwie, es ist für mich nicht so greifbar. Ja, Schlogger hilf. Ja, habe ich doch schon gesagt. Der schmeißt ganz viel hin und deswegen greif einfach rein. Und das, was du dann nimmst, daraus baust du dir dann was zusammen. Deinen eigenen Hot Dog. Ich hoffe, es ist genug da. Aber wir haben ja gesehen, es ist genug da. Ja, es ist genug da. Ja, ansonsten, was ich halt ganz spannend finde, ich weiß gar nicht, ob wir das hier erwähnen dürfen. Er kommt ja am 30. Mai in die deutschen Kinos, aber er ist ja eigentlich ein Netflix-Film. Mhm. Ich glaube, dass er auf vielen Märkten auch schon auf Netflix erschienen ist. Und, ey, ganz ehrlich, ich kann mir einmal nicht vorstellen, dass dieser Film bei Netflix funktioniert. Weil du guckst halt die ersten fünf Minuten und dann denkst du entweder, was für ein Scheiß du machst aus. Oder denkst dir, okay, ich lasse es mal mit dem Snacken-Screen weiterlaufen, mal gucken, was passiert. Aber ich bin eigentlich schon, wo ich sage, also ich bin ganz dankbar, den jetzt im Kino gesehen zu haben, wo man sich wirklich komplett auf diesen Film einlassen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein guter Netflix-Film ist, also irgendwie im Streaming zu gucken. Also zumindest, wenn ich mich beobachte, wie ich Streaming-Titel schaue. Ja, kann ich verstehen. Vor allem, wenn du sagst, dass dir aufgefallen ist, dass er irgendwie ottig aussieht, also halt ranzig jetzt, dass man da dann sich nicht drauf einlassen möchte. Und dann muss man ja auch vorher lesen, um was es geht. Vielleicht findet man dann die Story interessant und dann ist es einem zu wenig, geht es einem zu wenig um die Story von Anfang an und man ist verwirrt. Ja, was ist denn hier eigentlich los? Und man denkt, es ist was, was irgendwie dahin plätschert. Ich bin auch froh, den im Kino gesehen zu haben, weil sonst wäre es auch nur ein Second Screen geworden, wie du es gerade schon gesagt hast. Ich bin auch froh, ihn im Kino gesehen zu haben und halt auch nicht zu wissen, worum es geht. Genau, das fand ich auch super. Ja, weil dadurch konnte die Story halt wirklich so, das sagte auch jemand nach dem Screen, so wie so eine Zwiebel. Die hat sich so, man hat so jede Schicht so neu abgemacht und hat dann was Neues erfahren. Ja, dieser Film ist ein Oger. Ein Oger. Ja, aber das mit der Zwiebel, das stimmt wirklich. Nur, dass der Film nicht stinkt, das sollte man noch vielleicht sagen. Gut, ihr Lieben, ich für meine Warte hätte nichts mehr wirklich übrig. Habt ihr noch irgendwas außer euer Fazit? Nein. Nein. Gut, dann ist jetzt Fazitzeit. Und ich würde sagen, Ihnen Minimistis rappelt in der Kiste, Melanie fängt an. Also was für mich hier wirklich das Stärkste war, ist letztendlich die Thematik, um die es geht. Und dass der Film sich traut, das anzusprechen und dass er sich dann auch leicht positioniert, was ich halt sehr gut finde. Und auch definitiv Charles Melton, der ist für mich hier wirklich einfach nur das absolute Highlight. Der hat so eine starke Szene, was wir gerade eben sagten, in dem Schlafzimmer unter anderem. Da hat es einfach, der hat mich einfach gekriegt. Und ich bin auch so beeindruckt von ihm, weil ich kenne ihn halt nur aus Riverdale. Und ja, also andererseits habe ich auch Probleme, mit diesem Film zu greifen. Deshalb weiß ich gar nicht, ob ich ihn empfehlen kann oder nicht. Gut, ich dränge mich mal vor. Einfach, weil ich es immer gerne habe, wenn das wahre Highlight zum Schluss kommt, nämlich Schlöger. Also das ist ein Film, über den kann man, glaube ich, wenn man den geguckt hat, wunderbar noch reden bei Tee, Kaffee, Bier, so durch was aus. Da kann man wirklich noch wunderbar drüber spadronieren. Ich glaube, da wird jeder eine andere Ansicht zu haben. Der Film ist ein netter, also guter Film über auch das Thema Manipulation. Portman und Moore spielen wunderbar abscheulich. Wirklich so zwei Menschen, die ich einfach nur, je mehr ich von denen sehe, desto mehr denke ich mir so, bin ich froh, dass ich solche Leute nicht in meinem Bekanntenkreis habe. Die Inszenierung ist super interessant und auch eigentlich stark, aber hat so viele Facetten und Schichten, dass sie mir die Geschichte so ein bisschen blockiert, dass ich irgendwie nicht am Ende weiß, so, dass ich nicht wirklich weiß, was ich jetzt fühlen soll, weil dieses unangenehme Gefühl sich bei mir nicht so richtig einstellt. Charles Melton ist auch für mich eine Entdeckung. Ich wusste gar nicht, was er vorher gemacht hat. Jetzt weiß ich, es ist Riverdale, was immer Riverdale ist, keine Ahnung. Es ist ein großer Sprung, das sage ich. Gut, okay, gut. Ich würde sagen, Made December ist so ein All-You-Can-Eat-Buffet. Da hast du wirklich alles drin, da hast du ernsthaftes Drama, große Schauspielkunst, aber auch Parodie und Satire und wie gesagt, alles ein bisschen viel, alles ein bisschen zusättigend, aber dann doch interessant genug, dass ich sage, boah, ich bin auf die dritte Sichtung gespannt und würde diesen Film vorsichtig empfehlen und gebe ab an unsere Außen-Kroß-Pudentin, die Schlugger. Ja, also ich würde den Film nicht unbedingt empfehlen, weil der für mich nichts hat, was ihn besonders macht. Aber wenn man ihn guckt und sich darauf einlässt, dann ist das durchaus ein Film, den man, vor allem mit der Story, was du gesagt hast, mit dem Diskutieren, dann gucken kann und genießen kann auch. Aber ich hätte immer andere Filme, die ich dann eher empfehlen würde, wenn mich jemand fragen würde, was soll ich im Kino oder auf Netflix dann schauen. Deswegen kann ich hier keine Empfehlung aussprechen, auch wenn der Film an sich nicht schlecht ist, auf keinen Fall. Aber es war eben nichts, was mich irgendwie vom Hocker gerissen hätte oder wo ich noch aufgestanden wäre, um mir noch einen achten Hotdog zu holen, weil es war ja genug da. Und wie ihr schon sagt, ich fand, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, obwohl wir ihn schon hundertmal gesagt haben. Aber es ist Joe, auf jeden Fall Joe. Er weiß eine sehr faszinierende Rolle. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass nicht so viel Fokus auf ihm ist, weil der Film das eben durch die Erzählweise schafft, dass er dann am Ende mehr Raum kriegt. Und dadurch hat es vielleicht auch mehr Bams. Und es wäre dann anders gewesen, wenn es von Anfang an Fokus auf ihn gewesen wäre. Ja, also ich habe den Film im Kino, fand ich sehr spannend, weil ich eben aber auch nicht wusste, um was es geht. Da hat es mich ganz anders getroffen. Und deswegen finde ich es schwer, weil ich will auch nicht sagen, hier geht in alle Kinofilme rein, ohne vorher irgendwas darüber zu sehen, weil da ist halt auch manchmal sowas dabei, was man dann irgendwie nicht richtig greifen kann. Und deswegen kann ich hier keine Empfehlung aussprechen, aber es ist kein schlechter Film. Gut. Eine Sache, die noch loswerden möchte, weil sich das bestimmt einige fragen. May December, was bedeutet der Titel? Das ist ein englischer Begriff und bezeichnet einfach nur die Beziehung zwischen zwei verschiedenen altrigen Partnern. Also wo der Altersunterschied recht groß ist. Ja, also sowas wie jetzt eben zwischen Joe und Gracie. Damit haben wir den Bildungsauftrag heute aber mal sowas von erfüllt, würde ich sagen. Richtig gut. Yes. Yes. Dann mache ich mal weiter und sage, Weiterbildungsauftrag erfüllen. Nämlich Melanie hat einen YouTube-Kanal, der heißt Melanie Carly. Solltet ihr unbedingt reinschauen. Außerdem haben wir natürlich Schlogger, Comic-Künstlerin aus Hamburg. Die zeichnen, was so Comic-Künstlerinnen halt machen. Ihr wisst es selbst. Da könnt ihr gerne mal auf Social Media nachgucken. X aka Twitter, Instagram und Facebook. Einfach däh. Der weiß, dieser englische Artikel. Und dann Schlogger. Außerdem Schlogger.de und Schlogger-Shop. Da findet ihr alles von der Frau. Bis zu den Fußnägeln. Verkauft die Frau euch einfach alles. Ja. Und ich muss sagen, ich habe auch ein Fuck-Year-2024-Kalender hinter mir hängen. Und seitdem ich den hängen habe, soll ich sagen, geht es mir einfach besser. Ich will nicht lügen. Ich weiß immer, welcher Tag ist. Das ist, ja. Ich muss sagen, ich muss sehen, wahre Geschichte, ich habe ihn gestern leider ein bisschen, also ein bisschen, leider ist jetzt falsch gesagt, aber ich habe gestern mal gemerkt, so hoppala, er ist ja noch auf Februar. Aber jetzt ist er aktuell. Das kann ich sagen. Du musst aktuell, weil zu der Zeit, in der wir das aufnehmen, ist es meine Woche. Mein Kalenderblatt hängt. Es ist die KW, keine Ahnung. Auf jeden Fall 19. April. Volle Transparenz. Diese Woche eben. Und die Woche, in der dieser Cast erscheint, wissen wir nicht. Ist auch egal. Ja, beenden wir einfach hier. Okay, gut. Damit hätten wir Werbung gemacht. Wir haben euch gesagt, was May December bedeutet. Wir haben euch gesagt, wie wir May December fanden. Dann kann ich noch sagen, danke fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch unter www.tele-Stammtisch.de könnt ihr unsere Webseite besuchen. Außerdem sind wir überall, wo es Podcasts gibt. Und Likes und Kommentare könnt ihr gerne hinterlassen. Warum? Und damit sind wir endlich durch. Ich sage Tschüss. Dann sagt die Schlogger Tschüss und der Melanie gebührt das letzte Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Vielen Dank.